Hakuna, Mahabuchachos! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Each! Ranked hier bei den Lusos unterwegs sind wir heute auf Oregon im Double-Squad zusammen mit Mabossa! Hallöschön! Au! Digga, Mozzi! Ich hab irgendwie Bock auf Mozzi, Digga! Au! So wie Abgas-Untersuchung? Ganz genau! Aaaaaaah! Vendry! Digga, lau! Nicht voll, Alter! Digga, wenn der schon mal frei ist, dann spür ich den mal wieder, ne? Alter Schwede, viel zu selten! Meine Heiz-Geliebte... Alter! Der Heiz-Offen hat aber einen 1000er-Ping, ne? Ich hoffe, der ist nicht bei uns! Und jetzt ist er bei 14, ne. Aber wir haben drei... ...drei 150er-Pings dabei! Oh shit, boy! Ich sag euch das mit Chargers, das wird sich wieder bewahrheiten! Im Gegenteam, 180er-Ping, sie rasieren des Todes und haben einfach Reflexe auf Doom. In unserem Team, High-Ping, sie kriegen nix geschissen! As always! As always! Ja! Kümmer aufmachen! Aha! 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 Raume in Roamer? Ein Roamer wäre ganz geil eigentlich, ne? 1 Roamer wäre schon ganz sweet, ne? Digga, wir haben nicht 1 einzige Drohne, ne? Das macht mir echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, zu Recht, würde ich sagen. Welchen mache ich aus? Vielleicht erstmal den da hinten. Und dafür den hier erstmal an. Okay. Was sagen die Camps? Nichts. Ja, die Camps sagen wirklich nichts. Die Frage ist jetzt, wo? Off-White? Off-White ist gar kein Camp. Oben höre ich den Dock, der hielt sich hoch. Etik. Wer bewegt sich da? Etik Pushing. Etik, Etik, Etik Pushing. Habe ich. Letztes Etik. Wurde er genau Etik, dann spreng ich. Oh, der ist doch, lol. Wo, Goal? Killhole, der ist in Big Tower. Big Tower, Killhole. Eine Minute. Eine Minute. So, Messer mal, Bosser. Okay, aber unser Hyping-Team hat gemacht, hat geliefert. Ist merkwürdig, ne? 150 vielleicht ist das so aus Portugal oder so. Wobei, Portugal, ich glaube, die haben echt gutes Internet. Ich muss sagen, Alter, ich feier meinen Skin, Alter. War ein guter Kauf. Welcher? Der Six Invitational 22 Triumphant. Ja, 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 ja. Du hast ihn ja selber in der Hand, aber ich glaube, man sieht ihn echt nochmal besser, wenn man ihn so angeilen kann, ne? Bestimmt, ja. So, hierzu will irgendwer Defense mit Bunker machen, oder? Ich nix Ahnung. Das sind wir einfach. Ich wirklich nix Ahnung. Also, was ich interessant finde, dass ich zwei Drohnen bekommen habe und die in der letzten Runde richtig krank defensiv gespielt haben. Also, Drohnen-Defensiv auf jeden Fall. Drohnen-Defensiv, ja. So, ich mach jetzt einen Messer-Kill, wobei ich Messer eh nicht, ist mir zu riskant. Okay, bei 30, 33, 35, irgendwie so. Hätte ich auch messern können, aber in Ordnung. Nehmen wir die Scheiße sogar noch mit. Boom. Drei Kills. Dinger. In der Tür da oben, oder was? Da sag ich ja mal lol, ey. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas von Freeza auskommt. Nee, Freeza ist clear. Bunker unten ist auch clear. Rühm! Auf jeden Fall irgendwo noch bei mir hier. Oh. Bunker nicht mehr clear. Echt? War das Bunker? Ja. Gehali außen im Bunker. Loll. Alter. Muss hier schon drin, oder? Ja, ich bin... Schlechtes Timing hatte ich. Digga, nicht, dass ihr jetzt alle... Nicht, dass ich jetzt hier noch verkacke. Bis jetzt ist nichts zu hören von Carly. Ich höre sie auf jeden Fall, wenn sie Bunker pusht. Aber Bunker pushen tut sie bis jetzt nicht. Auch jetzt. Carly enter bunker. Carly enter bunker. Aber ich habe mir eine Fresse gehalten, ne? Nicht, dass das hier noch knapp würde. Alter, das war aber auch schon wieder... Das ist wieder unnötig knapp geworden. Es stand einfach 2 gegen 5 oder irgendwie sowas. Ja. Und wollte ich unbedingt noch mal pieken, weil ich noch mal vielleicht irgendwie einen Kill kriegen wollte. Aber... Es war schlechtes Timing und ich habe eine Schelle bekommen. Aber ja, da mit der Shotgun, ne? Wenn die so gierig sind, dann hole ich sie mir die, ne? Holen sie mir die. Hol ich sie mir, sie. Was? Sprachzentrum deaktiviert. Was machen wir? Kitchen? Ich schaue sie hier auch aus. Kitchen würde ich gerne, ja. Kill 4. Ich versuche wieder Terminal zu kriegen, wenn der Bildschirm will. Boah, was kann man denn da cooles nehmen? Aruni? Aruni, komm her. Hallo? Aruni? Aruni? Dann verstecke ich mich ja erst mal. Ja, aber wir müssen jetzt eher schleppen, muss ich sagen. Ja, ja. Du hast deinen Ping nicht eingebendet, ne? Ne. Ich habe auch keine Ahnung, was ich für einen Ping habe. Ping? FPS, würde ich sagen. Habe ich gefragt. Ich wusste euch, wenn du ihn ohnehin. Klassiker. Nein. Ich habe euch an der Campies mal. Okay, ich mache hier so ein... Wo? 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 Da war Löcher rein, wenn ich hoffentlich was höre. Stand it? Ja. Einer ist tot. Hinten Geldsch. Oh, irgendwie ist was. Scheiße. Sie kennen auch schon den besseren Breach-Spot. Hier im Brava auf jeden Fall. Hier habe ich nichts. Boah, Alter. Habe ich ja ganz geil geholt, würde ich sagen. Warum? Oh, fuck. Close left, close left. Schön. Aber der Q war hier noch. Powerway. Ja. Ist, glaube ich, im Gang jetzt hinter dir. Echt? Ja, die hier. Ja. Wird auch ein Schauer drin sein oder ein Toilet oder sowas. Da bin ich drin. Das ist hier im Hallway. Ja. Links, links, links. I'm breacher, C. Durchschwung. Oh, er droned. Ja, das sind vielleicht lieber Plenten. Wow. Chill, chill, chill. 4 Sekunden. Easy peasy. Nice. Schön runtergespielt. Auf safe. Ja, ich kenne die Waffe leider noch nicht so. Und der Ratte. Aber hat es ja zum Glück noch voll. Okay. Digga, ich wollte eigentlich da richtig schön hinpushen, Alter. Aber was im Gang gehört. Aber mehr Richtung Ende vom Gang. Und ich komme da gerade durch die Tür durch. Boom. Und das steht direkt an der Links an der Ecke. Ja, aber du wurdest aber durch die Cup-Grant-Tapur. Und das war ein Brava-Dinger noch. Aber es stand auch jemand daneben. Also ich wäre wahrscheinlich Stero so gestorben. Ich könnte den Fast-Push machen da, ne? Nehmen den auf jeden Fall schon mal. Fast-Push? Ja, durchs Big Window. Oder willst du den Diffusor haben, oder soll ich ihn nehmen? Also wenn du am Big Window planten willst, dann mach gerne. Ja. Dann werde ich zusehen, dass ich möglichst schnell in ein Schlafzimmer reinkomme und da brechen kann. Schauen, was sie da für Taktics haben. Ich spawne auf jeden Fall schon mal Con-Junkyard. Con-Junkyard! Ich lasse auch safe meine Drohnen draußen. Yes sir. Die sollen rumfahren. We can boogie all night long. Oh, Solis. Die kleinen Ruts. We can boogie all night long. Natürlich die Möglichkeit, dass ich nicht von unten beim Blenden... Ja. Ja, ja, ja. Ich verkeh, gibt es irgendeinen Spot? Oh ja, direkt am Breach ist doch dieser Billardtisch, da kannst du oben drauf blenden. Ja, aber da muss ich erstmal hinkommen. Okay, die scheinen beim Window da bitchen zu wollen, Deko, ne? Wo du hochgehen möchtest. Wurde auf jeden Fall gerade gemarkt. Auf jeden Fall ist meine Drohne weg, die da war. Wahrscheinlich irgendein mieser Bastard-Chako von unserem Team war auf meiner Drohne. Und Solis hat sie dann gesehen und wollte die weg zerstören. Okay, nehmen wir. Ich habe schon einen Breach offen hier. Ist das hier vorne oder ist das da hinten? Ist das da hinten? Ah, wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich glaube, ich komme lieber zu dir. Ich komme lieber zu dir rüber. Legion, Schiles. Legion, Schiles. Oder White. Können wir noch White gehen. Oh, hier unten ist einer. Warden. Nein! Bei mir. Jäger-Bedroom. Fack, auch noch Warden, ey. Ich glaube, dass du den Diffuser haben. Wo ist der eine? Boah, hier unten! Solis? Solis, downstairs. Ah, die ist da noch. Auf dem Bildertisch, ja. Ja. Geht nicht! Geht nicht? Ne. Ich wusste es! Solis, solis, bin ich. Solis, solis, bin ich. Ich glaube, White stairs, höre ich sie. Digga, diese Musik, Alter! Ne. Trophy. Rechts von dir. Jetzt nach der Tür. Jetzt nach der Tür. Ist rein gekommen? Danke für den Call. Digga, was war das für eine Rockmusik? Die ganze Zeit enorm. Digga, überhaupt nicht so mitbekommen. Digga, das war für mich keine so geile Rolle, muss ich sagen. Aber ich habe im Arsch gehabt, Alter, dass der Jäger mich flanken will von der Seite. Und als ich nachgucke, war er schon genau vor mir. Ich hätte aber pre-fallern sollen. Ich habe mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist richtig, aber... Alter, habe ich viel bekommen. Alter, ich habe auch drei Dinger bekommen, ey. Alter! Okay, dann scheinnt das... Dann gib mal Asch auch was. Und Asch, ja. Digga, dann ist das aber ein Dreier-Premate-Kram, oder? Dass wir so viel bekommen haben. Alter Schwede, ey. Okay, ich würde sagen... Ich glaube auch, das war auf jeden Fall ein Premate-Squad. 15% Alpha-Pack. Neun! Komm, Daddy will was haben. Sieben Prozent. Leider auch gar nicht. Aber ich würde gerne nochmal... Ich würde gerne nochmal... Zwei Packs aufmachen. Muchachos, zwei Packs in euer Gesicht. Zwei Packs? Alpha-Packs natürlich, ne? Man kennt ihn. So, also, Herzen geht das mal raus. Für mich. Blau. Herzen geht raus für mich. Ich glaube, ich mache meine letzten... Soll ich meine letzten sechs, acht... Hier, acht Bravo-Packs auch machen? Gibt es ja auch noch, stimmt. Und wir haben als nächstes Epic. Und drei... Schatzschuss. Zwei. Eins. Gurell. Uh, Digga. Black-Eyes. Für die Kite-Pistole und Nomad-Pistole. Kann man nehmen. Zock ich super selten. Aber ich glaube, haben ist besser als brauchen. Digga. Black-Eyes-Pistole mit... Geil, wie sieht drauf. Boah. Digga, ich habe noch hier acht Bravo-Packs. Acht Stück. Digga, dann mache ich auch nochmal zwei. Zwei mache ich noch drauf. Und Nummer eins. Was Blaues zählt nicht. Und was Reptil-mäßiges. Nochmal was Grünes. Okay, du bist dran. Machen wir nächstes Mal den Alpha-Pack-Opening. Ich mache nur Bravo-Packs auf, weil... Oh, Legendary. Ich habe nämlich nur zehn Alpha-Packs. Und die werde ich gerne bis zum Alpha-Pack-Opening sparen. Oh. Digga, Renaissance-Festival-Uniform für Alibi. Sieht tatsächlich ziemlich cool aus. So richtig Napoleon-mäßig. Allerdings, äh... Auch ziemlich auffällig. Wie war das jetzt? Nehmen die Klone von Alibi die Klabotten zumindest mit, die Uniformen? Ne, nur wenn du den Elite hast. Also die anderen nicht. Okay, toll. Habe ich einen geilen Legendary, kann ich nicht nutzen. Egal. Dann haben wir was Blaues. Ein Talisman von Echo. Oh. Epic. Komm, Black Eyes. Qua. Nein. Nein. Es ist ein Datum-Prozessor. So ein richtig schwarzer Skin mit weißen Highlights von Thatcher. Gar nicht so schlecht. Nehmen wir noch was Grünes. Dann ist Schmutz, das kann weg. Das zählt nicht. Ah, noch ein Epic. Komm, Black Eyes. Qua. Boah. Wir haben Corindum Blue für die Vector. So ein blauer Edelskin. Und noch, das letzte ist auch episch. Und wir haben Uniform. Coliseum Polymer für Echo. Da haben jetzt alle meine Jahr 8 Brau-Packs aufgebraucht. Es war ein schönes Jahr. Es war ein schönes Jahr. Es war ein schönes Jahr. Muchachos. Es war ein schönes Jahr. Es war ein was? Doch, ne. Ich dachte gerade, mein Standing hat sich geändert. Aber ich bin immer noch Exemplary. Es war ein schönes Jahr. Es war eine schöne Folge. Wenn es euch gefallen hat, schmettert die Däumchen nach oben. Checkt die Beschreibung aus. Es gibt gerade wieder eine Aktion bei Triebwerk. 4 für 2. Der Code ist Muchacho4F2. Zwei Dinge bezahlen. Vier willkommen. Könnt ihr euch, Muchachos. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.